Mama, ich sehe da hinten Glühhimmel. Wollen wir zusammen gucken, Mama? Danke schön. Danke schön. Ich habe heute keinen einzigen Greifvogel gesehen. Die sind gar nicht gekommen, die Greifvögel oder was? Bilano, was das sind? Wo ist sie da? Die Wolken werden immer weniger. Ich glaube, es gibt heute Nacht sternklare Aussicht. Ja, guck mal. Komm mal raus, bitte. Dann weißt du es. Сейчас. Grüß man. Grüß. 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 Das ist lustig. Das ist lustig. Der Himmel ist rot. Was? Der Mut ist lustig da oben. Guck mal, die Wolken vielleicht blutrot. Das ist ja schon traurig. Das hat immer einer gesagt. Die Wolken weinen. Und wenn die weinen, wären die rot. Oma, aber das war doch mit der Sonne, wenn die rot ist. Du hast die Obelix nach Abends gesehen. Die ist dick, ne? Wenn die Sonne scheint, ja, die werden jetzt rot. Dann gibt's morgen sonniges Wetter. Das habe ich ja die Cousine versprochen. Ja. Guck mal, da oben ist der Himmel so lustig. Guck mal, da oben ist der Himmel. Hey, der Himmel ist so lustig. Hey, Alter. Hm, das ist lustig, der Himmel. Guck mal, wie jetzt der Himmel aussieht, der so lustig. Ja. Da hinten die Wolke ist auch knallrot. Da sind Schneegelze irgendwo, aber ich weiß, wo die sind. Jetzt wissen wir, wo sie sitzen. Das waren Nilgänse. Mhm, das war eine Ruhe. Und da kam sie rübergeflogen bei uns. Und wir dachten, den einen Morgen, wo sie über Neckstraße geflogen haben, oder wo sie auf Neckstraße geflogen haben, wir dachten, das war ein Störtchen. Ja, das waren die. Was? Das waren Nilgänse. Nilgänse. Könntest du mir sagen, dass es Nilgänse waren? Mhm. Brauchst du nicht, ich sag, dass es Nilgänse waren? Ja, du bist so kitzig. Mama, ich hab Hunger. Ja, guck dir den. Ja, da grinsen sie Leute an. Danke. Was? Was? Guck dir den an. du bist da drauf oder das ist schon besser tschüss geh weg wasser schon sparen lassen ist der martin so ein cool ich habe von den sonnenuntergang fotos gemacht aber ich mache jetzt ein kleines video von den abenddämmerung mit dem abendrot weil mein rechtes bein tut weh ich weiß das nerv eingeklemmt und ich kann sehr schlecht laufen damit verstehen steht zwar bei beweis schmerzen tropfen zu wirken aber das weiß wie lange nur vereinzelt wolken sieht man im himmel ich glaube die venus kann ich immer noch nicht guter warte kann das die venus bitte schon sagen ganz genau splitten wenn du bist du war da habe ich gerade gesehen weil sie gerade weiß punkt gekannt weißer punkt aber jetzt nicht erkannt da oben ist der himmel der himmel ist affengeil alles soll bunte bunter himmel und grau bis rot bis blau bis grün bis schwarz ist eine gute holz oder was man hat mich gleich eine gute holz und ist noch nicht aufgenommen vereinzelt rote wird sich ja echt die aufgabe zu machen wie ich glaube ich muss gleich gucken da ich habe die wieners gefunden weil ich so schwach noch aufzunehmen kurze pause musste gerade mit meinem bein gebiet der scheiß nerven entspannt wird erlastet ist aber ein schönen mond da oben und es war richtig so schön ich würde die kamera verdunkeln und so könnt ihr den mond besser sehen das affen geil am 21 mai haben wir beim vollmond ein ereignis was am himmel passiert der regen bekommen eine halbschatten mondfinsternis und halbschatten mondfinsternis ist namut halb rot wird das 12 20 22 23 23 24 200 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey Baba, Mama war's in Ruhe, war ihr Handy dran. Die Fliegen ist schwarz, schwarz steht in der Schweißerei, auch schwarz. Schwarz, schwarz steht in Ruhe, schwarz steht in Ruhe, schwarz steht in Ruhe. Schwarz, schwarz steht in Ruhe. Schwarz, schwarz steht in Ruhe. Schwarz, schwarz steht in Ruhe. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sag jetzt mal, Treppe hoch und nimm mich selber mit Papagei. Ja? Ja. Es war keiner von den Kobels. Die Kobels hatten grün gehabt. Hast du recht. Die Kobels hatten grün Papagei gehabt. Knallgrün. Und der Papagei, der ist grau. Nein. Die waren am Wochenende, ich weiß. Steht ja schon wie ich bei dir und sehe keine. Nun hatten wir nicht so eine schöne Aussicht. Nein. Da stand doch ein Wurzelnfenster. Ein Küche, ein Ressikas Fenster. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Die Kamera wird da und verschwommen. Jetzt aber. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Nicht schlimm. Das war alles gut. Habe es doch gerade gebogen. Guck mal. Nicht immer aufregen. Immer ruhig bleiben bei dir was. Wenn du dich aufregst. Mit Recht rege ich mich über gewisse Sachen auf. Mit Recht. Nicht. Ja. Ich sag's auch gut. Nicht? Mhm. Ja. Dann mach raus. Da hättest du die Krytusangsel schon wieder. Ja. Das ist ein schwarzer Baum. Ja. Ich glaube es gibt heute Nacht nichts drauf. Guck mal wie klar der Himmel wird. Ich weiß nicht. Hast du gerade eine Wetterwarnung gekriegt? Nein. Noch nicht? Guckst du gleich nach? Habe ich schon. Der Fernseher ist doch an. Nein. Der ist aus. Normaler Fernbedienung ist doch an. Auch nicht. Ja. Und trotzdem kann ich die Venus gut scremen. Wenn ich das Bild verhellern. Und zwar. Wenn du dir später den Mondfinsternis-Folge anschaust. Ja. Der Mondfinsternis-Folge hat auf dem Mondfinsternis den Link geschickt. Von YouTube. Also von YouTube. Den YouTube-Link. Ja. Dann erzählst du mir, was da alles passiert. Okay? Ich hab's mir angegessen. Ich hab's mir angegessen. Ja. Ey. Du wolltest mir erzählen, was da alles passiert. Hast du gesagt. Bei der Folge. Mondfinsternis-Folge. Okay? Ja. Mhm. Wass PRZ Dollar. Oh, ja. Oh. Henning muss das hanno bei anderen Ich hab's mir garrettet. Und mal. Eh wiritched adäggen. Ja. Wenn ich bloß gerade ein Bogen. Da hinten ist ein Turm, Volker, der macht schöne Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020